So, hier sind wir. Ich bin der Herrscher der Welt. Wir sind hier schon ziemlich, wir mussten hier richtig schön klettern, Kinders. Kevin, Daniel, lasst euch richtig was entgehen. Ich hätte euch ja heute gerne mitgenommen, aber ihr werdet hier wahrscheinlich gar nicht hochgekommen, denke ich. Ich nehme das alles auf Video auf, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. So, bis dann.